Ich bestelle was zu essen. Worauf hast du Hunger? Ich will nichts. Ich will nichts. Was soll denn das? Du musst was essen. So kannst du doch nicht rumlaufen. Wie wär's mit dem Steak? Kaust nur und spuckst wieder aus, dann hast du morgen immer noch dein Gewicht. Hast du deswegen Angst, hä? Ich bestelle jetzt auf jeden Fall mal ein Steak. Und wenn's da ist, iss es oder mach damit, was du willst. Tust doch. Was willst du, Vicky? Ich möchte bloß ein Stück Kuchen. Mehr willst du nicht? Nur ein Stück Kuchen? Nimm doch lieber einen Cheeseburger mit Pommes frites. Das ist besser für dich, eine richtige Mahlzeit. Dazu gibt's Salat und Tomaten und all sonst was. Okay, in Ordnung. Bestell mir sowas. Was willst du essen? Seit wann bestellst du denn sowas? Warum nicht? Wir leben in einem freien Land. Du kannst bestellen, was du willst. Lass dich von niemandem beeinflussen. Ich hab doch gar nichts gesagt. Ich hab nur einen Vorschlag gemacht. Schreib mir ihr gefälligst nicht vor, was sie zu essen hat. Ruhig doch überhaupt nicht. Außerdem interessiert's mich in Dreck, was sie isst. Hör auf damit. Ich nehm einen Cheeseburger. Bestell mir einen Cheeseburger. Sonst nichts. Du schaffst es schon. Ja. Hey, ich wollte mich nur verabschieden. Wiedersehen, Vicky. Warte, Tommy. Wir wissen das wirklich zu schätzen, dass du vorbeigeschaut hast. War sehr nett von dir, Tommy. Ist doch selbstverständlich. Nein, nein, Tommy. Gerade in der jetzigen Situation ist das wichtig für ihn. Das baut ihn auf. Hoffentlich. Ich wollte mich nur verabschieden. Du bist ein Schätzchen. Und pass gut auf Jake auf, ja? Mach ich, Tommy. Und wenn irgendwas sein sollte, Joey, ruf mich an und ich bin da. Wiedersehen, mein Schatz. Sieh dir dieses Gesicht an. Ist es nicht herrlich? Kaum zu glauben, dass es so etwas gibt. Eine wahre Schönheit. Und sie hat sich gar nicht verändert. Nicht im Geringsten. Auf Wiedersehen, Tommy. Macht's gut, Leute. Bis bald, Tony. Vicky. Vicky. Hey. Komm mal her. Ich muss mit dir reden. Was soll das bedeuten? Was? Du weißt schon, was ich meine. Dieses Theater mit ihm. Was soll das? Wieso? Ich hab mich verabschiedet. Du bist auf einmal so freundlich zu ihm. Ich hab nur Auf Wiedersehen gesagt. Du kannst Guten Tag und Auf Wiedersehen sagen, aber mehr nicht. Ist das klar? Ja. Ha? Hast du verstanden? Ich verlange von dir etwas mehr Respekt mir gegenüber. Ist das klar? Ist das klar? Ja, ja. Gut, dann geh wieder rüber. Moment. Wieso fängst du schon wieder an? Hör auf. Ruhe! Halt die Klappe! Dich Arschloch, wenn ich mir später noch vorknappe und ich drehe dir die Luft ab! Hier kommt einer nach dem anderen dran. Das lass ich mir nicht gefallen.